Hallo zusammen, Thomas hier. Wenn ihr Content Creator seid, Multimedia Anwender und ihr seid durchaus vielleicht auch mobil unterwegs, dann kennt ihr das Problem, welches ist das richtige mobile Gerät, welches ist das richtige Notebook, mit dem ich einerseits die bestmögliche Leistung bekomme, andererseits aber so kompakt, so leicht wie möglich unterwegs sein kann. Es ist also immer ein Spagat, immer eine Gratwanderung zwischen der Leistungsfähigkeit eines Notebooks und den ansonsten, sage ich mal, physikalischen Gegebenheiten, die mit Größe und Gewicht zu tun haben. Ich möchte euch heute ein neues Notebook vorstellen, und zwar das Aero 16, Gigabyte Aero 16, der neuesten Generation, das mir der Hersteller, Gigabyte, kostenfrei zum Testen überlassen hat. Wie immer bei meinen Reviews, ich bin nicht beeinflusst worden, es gab keine Einflussnahme auf das, was ich euch heute erzähle, und ich werde euch keine technischen Daten, jedenfalls nicht mehr als nötig, runterleiern, um euch einen Eindruck davon zu geben, ist das ein gutes Notebook möglicherweise für euch, wenn ihr gerade auch auf der Suche nach einem ganz wichtig Windows-basierten Multimedia Notebook seid, ist das ein gutes Gerät für euch oder vielleicht auch nicht. Ich hatte vor gut drei Jahren, hatte ich schon mal genau den Vorgänger, das war noch ein 15,6 Zoll Notebook, auch eine Aero, und ich war mit dem Gerät absolut zufrieden. Es hatte allerdings auch ein paar Schwächen, und wir gucken uns heute einfach mal an, wie gut ist das neue Aero 16 Zoll, und hat es vielleicht auch ein paar Schwächen. Die Frage ist natürlich immer, welche Anforderungen sind die entscheidenden Kriterien? Natürlich können das in dem Fall nur meine Anforderungen sagen, aber ich denke, bei euch sollten die ähnlich sein. In meinem Fall geht es um wesentlich zwei Dinge. Einmal muss das Notpunkt in der Lage sein, Bildbearbeitung gut zu leisten, flüssig Bildbearbeitung zu ermöglichen. Bei mir ist das im Wesentlichen Adobe Lightroom und Photoshop, noch ein paar anverwandte Programme. Aber Lightroom ist ja bekanntermaßen sehr CPU-intensiv, und Photoshop durchaus auch ganz gerne speicherintensiv. Insofern ist das eine ganz gute Kombi. Und bei mir, gerade wenn ich unterwegs bin, natürlich ganz, ganz wichtig, der Videoschnitt. Und dann auch noch bei mir mit einer der anspruchsvollsten Programme, die es auf dem Markt gibt, DaVinci Resolve, aktuell in der Version 18. Die Pro-Version, beziehungsweise die Vollversion in meinem Fall, die bei mir auch auf dem Notebook ist. Und da muss das Notebook auch mithalten können. Und ob das Notebook das neue Aero 16 Zoll mithalten kann bei all den Dingen, das gucken wir uns heute an. Ich sagte ja gerade, ich will die Dinge, die ich euch erzähle, so praxisnah wie möglich halten und dementsprechend so wenig technische Dinge erzählen, wie nötig. Und dementsprechend bin ich auch bemüht, das Video nicht allzu lang werden zu lassen. Aber ich kann es nicht versprechen, denn es geht ja schon darum, dass ihr einen guten Eindruck bekommt und dass ihr eine Entscheidung vielleicht sogar darauf auf Basis meines Videos treffen könnt, ob für euch das Aero 16 Zoll vielleicht ein gutes Gerät ist oder nicht. Fangen wir mal an mit ein paar technischen Leistungsdaten. Die anderen blende ich euch jetzt einfach mal parallel ein. Das Testgerät, was mir zur Verfügung steht, hat folgende Ausstattung. Der neueste i7 Intel Prozessor, eine NVIDIA GeForce RTX 4070 speziell fürs Notebook mit 8 GB RAM und die aktuellste Version von Windows und wie schon angesprochen die 16 Zoll Ausführung. Es gibt auch noch ein 14 Zoll Notebook mit etwas anderen technischen Spezifikationen, aber ich habe hier die 16 Zoll Variante. Und das Erste, was man sieht, das ganze Ding ist Silber und es ist durchgehend Aluminium. Es gibt eine Stelle oder einen Bereich, wo es, glaube ich, kein Aluminium gibt. Das könnt ihr hier sehen. Das ist der Bereich in der Scharniere, quasi also die Verbindung zwischen dem Display und zwischen dem ansonsten, ich sage mal, Chassis. Ansonsten ist das alles, Aluminium ist ein sehr stabiles Gerät und sehr gut verbaut. Und das Erstaunliche, es ist nach meinem Kenntnisstand, ich will mich da jetzt nicht festlegen, da gibt es vielleicht noch welche, die anders ausgestattet sind, aber nach meinem Kenntnisstand ist es insbesondere auch bei der Größe mit 16 Zoll das leichteste aller vergleichbaren Notebooks selbst. Und das ist echt eine Kunst, ich finde, leichter als ein MacBook Pro, das aktuelle MacBook Pro 16 Zoll mit den verschiedenen M2 Prozessor Varianten. Das wiegt 2,15 Kilo. Also man hat sicherlich bei Gigabyte auch eine Menge getan, um das Gerät so leicht wie möglich zu machen. Das ist aber gerade auch für diejenigen von euch, die unterwegs sind, nicht unbedingt ganz unwichtig. Also 1,9 Kilo für ein 16 Zoll Notebook mit der Ausstattung, finde ich, ist auf jeden Fall schon mal eine beachtliche Leistung. Ganz wichtig, wie sich das für, na ich sage mal, ein Windows Notebook gehört. Das Gerät ist erweiterbar, in Grenzen natürlich. Ihr könnt es aufschrauben, es sind glaube ich 10 Schrauben darunter. Die kann man öffnen, rausschrauben, dann kann man das Gehäuse von unten öffnen und man kann im Wesentlichen zwei Dinge ohne Probleme vom Hersteller vorgesehen anpassen, verändern, austauschen. Das ist einmal der Arbeitsspeicher. Man kann das Notebook bis auf 64 GB RAM aufrüsten und ihr könnt auch die SSDs, also die Festplatten, könnt ihr tauschen. Es gibt zwei SSD M2 Slots. In einem, bei mir ist es eine 1 TB Festplatte, auch die könnte man wechseln und es gibt noch einen zweiten freien Schacht, den könnt ihr dann bei Bedarf mit einer weiteren SSD eurer Wahl belegen. Also Erweiterbarkeit ist für mich bei Windows Notebooks immer ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und auch unverändert ein Riesenvorteil gegenüber den MacBooks, denn da ist ja alles verlötet und da musst du dich am Anfang entscheiden, was du haben willst und danach ist nichts mehr änderbar. Das Einzige, was man machen kann über externe Festplatten, kann man natürlich den, zumindest den Datengrabspeicher kann man auf jeden Fall erhöhen und erweitern. Was mir sehr, sehr gut gefällt bei dem Notebook, ist die Anordnung und auch durchaus die Vielzahl der Anschlüsse. Ich habe mich immer gefragt bei Notebooks, warum bitte schön sind die Anschlüsse oder ist der Anschluss für das Netzteil immer an der Seite. Ich finde das Ding ist immer im Weg und bei Gigabyte hat man sich endlich mal eines Besseren besonnen und hat den Anschluss nach hinten gelegt. Hinten ist der Anschluss für den Strom. Das heißt, dieses Kabel ist nicht im Weg, die Steckdose ist sowieso meistens irgendwie in diese Richtung und das heißt, da verliert man auch keinen Weg und hat keinen Kabelknick, nix. Also man kann es auch einfach mal praktisch machen. Des Weiteren haben wir hinten noch einen HDMI-Anschluss, gerade wenn man also einen externen Monitor bzw. einen Fernseher vielleicht auch anschließen will und wir haben hinten noch einen USB-A-Anschluss. Alle Anschlüsse sind die USB-A-Anschlüsse alle der aktuellen Generationen USB 3.2, also sehr, sehr schnell, sofern ihr entsprechende Speichermedien dran habt, mit denen ihr den Datenaustausch machen wollt. Und USB-A hat man auch nicht mehr bei vielen, das ist bei den meisten Notebooks inzwischen auch wegrationalisiert. Auf dieser Seite haben wir zwei Thunderbolt 4-Anschlüsse, Schrägstrich USB-C gleichermaßen und der vordere ist auch zum Laden geeignet über USB-C mit 100 Watt und ich hatte das Notebook gezwungenermaßen, weil ich vor einigen Wochen erhebliche technische Schwierigkeiten mit meiner bestehenden Hardware hatte, habe ich das Notebook zwei Wochen als PC-Ersatz nehmen müssen und zum Glück auch nehmen können und mein aktueller Dell-Monitor hat einen sehr, sehr schönen USB-Hub und da konnte ich dann allein über das USB-C-Kabel, konnte ich alle notwendigen Anschlüsse gleich mitliefern. Ich habe also sogar dann das LAN bekommen, habe das nicht übers WLAN machen müssen, hatte also gleich den Netzwerkanschluss, habe dann den Strom gleichzeitig bekommen, das Notebook wurde also permanent bei Bedarf geladen und hatte natürlich dann Zugang zu allen anderen Anschlüssen, die an den USB-Ports meines Monitors hängen. Das war also sehr, sehr angenehm. Und, kommen wir zum Schluss, auf der anderen Seite haben wir nochmal einen USB-C 3.2-Anschluss, dann haben wir da einen Micro-SD-Karten-Schacht und für all diejenigen, die gerne noch kabelgebunden Kopfhörer oder ähnliche Dinge benutzen haben, gibt es noch eine 3,5-Zoll-Klinke. Also von der Ausstattung der Anschlüsse, finde ich, hat man eigentlich so gut wie nichts vermissen lassen. Da ist eine ganze Menge dran. Ein Kritikpunkt schon mal vorweg, warum da nur ein Micro-SD-Anschluss oder Schacht drin ist, das hat sich mir nicht erschlossen. Also da hätte es eigentlich noch Platz geben sollen für zumindest eine SD-Karte und die meisten, die fotografieren, haben ja bestimmt eine SD-Karte in ihrer Kamera. Also da braucht man dann doch wieder über USB-C dann doch wieder einen separaten Stick oder einen Adapter, um dann die SD-Karte einlesen zu lassen. Kommen wir zum Top-Act dieses Notebooks. Und das ist das Display. Und das Blöde ist, so etwas lässt sich in einem Video wie diesem hier nicht hinreichend transportieren. Ich kann euch einfach nur ein paar Leistungsdaten nennen. Dieses, na, jetzt habe ich ihn, glaube ich, ausgemacht. Wollte ich gar nicht. Na, dann lassen wir nochmal laufen. Was habe ich jetzt? Versuch's nochmal. Da ist er wieder. So, sehr schön. Wir haben hier ein OLED-Display. Und ich muss sagen, ich hatte bisher noch nie ein Notebook oder auch einen Monitor mit OLED-Display. Und wenn man das einmal gesehen hat, man möchte nie wieder was anderes. Dieses OLED-Display ist ein absoluter Traum. Es ist absolut brillant. Es macht unfassbar Spaß, alleine sich die Bilder, die man da auf dem Monitor sieht, einfach nur anzugucken, ohne irgendwas damit zu arbeiten. Die Aufnahmen sind auch aufgrund des hochauflösenden Displays. 16 zu 10 ist das Bildformat. Und die Auflösung liegt bei 4K plus, sagt Gigabyte, denn es ist ein bisschen mehr als 4K. Wir haben also eine Pixel-Anzahl von 3840 mal 2400 Pixeln. Dann ergibt sich das 16 zu 10. Das ist für mich allerdings, weil ich auch häufiger Screencasts mache, ein bisschen doof. Weil dann passt es nicht auf 16 zu 9, dann musst du wieder schnippeln. Aber das ist jetzt erstmal nur mein Problem. Grundsätzlich hat man auf jeden Fall ausreichend Monitorfläche mit einer bei Bedarf. Man kann es natürlich ändern von der Auflösung, aber warum sollte man das tun? Mit einer extrem hohen Auflösung. Alles ist gestochen scharf und der Schwarzwert ist extrem gut. Und die Brillanz der Farben ist einfach unfassbar. Also nie wieder was anderes als OLED oder meinetwegen auch was Vergleichbares. Und das Einzige, was ich euch an harten Fakten zeigen kann, sind die Farbräume, die verschiedenen Farbräume und wie gut die abgedeckt werden. Es gibt die offizielle Herstellerangabe und ich habe das mal mit meinem Spider X, habe ich das selber mal nachgemessen. Das ist vielleicht nicht ganz so perfekt. Ich blende euch dazu mal die Messergebnisse ein. Wir haben eine Abdeckung des sRGB Farbraums von 100%. Wir haben eine Abdeckung des Adobe RGB Farbraums von 95%. Der P3 Farbraum wird zu 100% abgedeckt und der NTSC Farbraum zu 93%. Jeder von euch, der Multimedia macht, wahlweise Bildbearbeitung und oder wahlweise Video weiß, je größer die Abdeckung des Farbraums ist, umso besser ist das, was ich hier auf dem Notebook produziere, auch gleich gebrauchsfertig. Denn was habe ich für ein Notebook, was zwar grundsätzlich extrem leicht ist und ich überall hin mitnehmen kann und irgendwie mir ein Bild liefert, aber ich nachher das gesamte Bildmaterial komplett nacharbeiten muss, weil die Farbgenauigkeit einfach nicht stimmt. Und gerade bei der Bildbearbeitung 95% Adobe RGB, das ist schon sehr gut. Und da kann ich im Prinzip hier die Bildbearbeitung machen, soweit wie ich komme, kann sie an meinen großen Rechner übertragen und kann dann auch an meinen Monitoren, die zum Teil noch eine höhere Adobe RGB Abdeckung haben, kann sofort weiterarbeiten. Da gibt es dann keine große Diskrepanz mehr und ich muss nicht im Prinzip das gesamte Color Grading wahlweise im Bild als auch im Video nochmal wiederholen oder neu anpassen. Ich kann mich im Prinzip sofort auf das, was ich hier sehe, verlassen. Und das finde ich ist unfassbar wichtig. Das ist unheimlich wichtig für den Workflow, also für den Arbeitsablauf. Hier mitarbeiten, später auf der großen Maschine, sage ich mal, weiterarbeiten und das nahtlos. Und nicht wieder gewisse Dinge nochmal wiederholen. Und das macht den Arbeitsablauf effizienter und vor allen Dingen auch zeitsparender. Und was auch nicht ganz unwichtig ist, sind die Eingabemedien, also die Tastatur und das Trackpad bzw. das Touchpad. Und ich muss sagen, von allen Windows Notebooks, die ich bisher hatte, ist das die beste Tastatur, die ich jemals unter den Fingern hatte. Sie hat einen sehr, sehr schönen Hub und einen sehr angenehmen, weichen Anschlag. Also da kann ich unfassbar gut drauf schreiben. Die Tasten entsprechen der Tastaturgröße einer normalen Tastatur. Natürlich fehlt der Ziffernblock, das ist aber bei Notebooks üblich, damit das Ding auch nicht allzu groß wird. Und das kann man ja nur oben abdecken. Aber das Schreiben mit der Tastatur geht unfassbar, mir zumindest, ging das unfassbar leicht von der Hand. Sehr, sehr schöne Tastatur und auch das Touchpad lässt sich sehr schön, sehr präzise bedienen. Es reagiert ganz präzise auf Eingaben bzw. auf das Führen mit den Fingern. Das Einzige, was mir nicht ganz so gut gefällt, ist, wenn, und das muss jemand eigentlich gar nicht tun, das geht auch mit einem Touch, also mit einem Tippen, Das Einzige, wenn man wirklich einen Klick auslösen will, ihr hört das, das ist einmal relativ laut, das ist jetzt weniger das Problem. Da ist mir persönlich der Hub ein bisschen zu lang. Aber ich benutze das eigentlich gar nicht. Man kann auch durch das Antippen, kann man den Druck der Maus auf dem Touchpad genauso gut simulieren. Das geht sehr, sehr präzise. Und das finde ich ist etwas, was auch sehr wichtig ist, dass ich nicht nur das, was ich sehe, als angenehm empfinde, dass das eine hohe Qualität hat, sondern dass eigentlich das gesamte Arbeiten mit dem Notebook wirklich leicht von der Hand geht. Und da gehören die Eingabemedien, Tastatur und Touchpad natürlich genauso gut dazu, wenn man keine Maus dabei hat. Und ich bin inzwischen nach vielen, vielen Jahren Übung auch so weit, dass ich viele Dinge auch ohne Maus machen kann, wenn es denn notwendig sein sollte. Dann kommen wir noch zu einem letzten Punkt und das ist das sogenannte Gigabyte Control Center. Das ist eine Software von Gigabyte. Normalerweise schmeiße ich sowas als erstes immer alles runter. In dem Fall habe ich mal davon abgesehen. Und gucken wir uns das gerade mal an. Das Gigabyte Control Center bietet eine ganze Reihe sehr sinnvoller Einstellungen. Nicht alle muss man über das Control Center machen, aber für mich ist das Herzstück der sogenannte AI Boost. Und ihr seht hier schon 1, 2, 3, 4, 5 vorkonfigurierte Modi des Notebooks. Die sprechen im Prinzip auch die verschiedenen Arbeitsszenarien an. Wenn ich nur Büroarbeit mache, Word, Excel, E-Mail schreibe, dann reicht der Energiesparmodus oder der Meetingmodus. Dann hört ihr nichts. Ich will sagen, die Lüfter sind quasi aus. Ob sie laufen, weiß ich nicht. Man kann sie auf jeden Fall nicht hören. Und dann gibt es ein paar Modi mehr. Wenn es richtige Leistung braucht, dann kann man auch die Lüfter selber zuschalten. Dann kann man den Creator-Modus anmachen. Boah, ich weiß nicht, ob ihr da jetzt was hört. Aber beim Turbo-Modus geht es richtig ab. Dann können die Lüfter auch mal richtig pusten, damit einfach die CPU und die GPU natürlich schön kühl bleiben und die Leistung auch stabil bleibt. Dann gibt es auch den Gaming-Modus. Der schaltet sogar ein bisschen runter. Und es gibt den Meeting-Modus. Und es gibt den, das sieht ausgegraut aus da oben, lässt sich aber einschalten. Und es gibt den AI-Boost. Dann kümmert sich das Gigabyte-Control-Center selber darum, was an Leistung zugeschaltet werden muss. Wahlweise von der GPU und auch was die Lüfter angeht. Also das Control-Center in dem Fall ist tatsächlich eine sehr sinnvolle Einrichtung, die man auf jeden Fall nutzen sollte. Und nutzen kann, wenn man das möchte. Eins hätte ich ja jetzt fast vergessen. Und das ist die Akkuleistung. Das ist natürlich gerade bei dem Notebook nicht das Unwichtigste. Wie lange hält so ein Akku? Der Hersteller Gigabyte gibt an 7,5 Stunden. Wir wissen, dass die Hersteller immer sehr optimistische Zahlen angeben und kein Mensch so richtig weiß, was sie da gemacht haben, um auf diese 7,5 Stunden zu kommen. Ich muss sagen, ich komme nicht auf 7,5 Stunden. Was ich gemacht habe, ich habe mal den Akku voll geladen, war im Meeting-Modus. Das ist vielleicht noch nicht der energiesparendste. Vielleicht ist der energiesparende, den wir da ganz unten gesehen haben, noch ein wenig energieschonender. Aber ich war in dem Meeting-Modus. Da ist aber normalerweise auch alles leise und im Prinzip alles aus, was die Lüfter angeht und ähnliche Dinge. Die Leistung ist sehr stark gedrosselt. Und habe Videos streamen lassen. Videos streamen lassen. Und habe dann mal geschaut, wie lange hält das Notebook durch. Und ich bin auf knapp 4 Stunden gekommen. Das ist für ein, ich sage mal, Windows-Notebook mit den Leistungsdaten, das, was das Gerät zu leisten in der Lage ist, eigentlich eine ziemlich gute Leistung. Trotzdem würde ich mir von allen Windows-Notebook-Herstellern wünschen, dass sie bessere, leistungsstärkere Akkus haben. Denn da muss man ganz einfach sagen, da sind die MacBooks, die aktuellen Geräte mit den M1 und M2 Prozessoren, sowas von weit vorne. Da kommen Stand heute die Windows-Notebooks nicht dran. Ist kein Gigabyte-Problem. Das gilt für alle Windows-Notebooks. Allerdings muss man sagen, bei dem vergleichsweise geringen Gewicht von 1,9 Kilo für ein Windows-Notebook und eine Leistung von plus minus 4 Stunden mit, habe ich vergessen, 120 Candela. Also die Bildschirmhelligkeit, die ich auch für den Videoschnitt und auch für die Bildbearbeitung nutze. Das waren dann also am Ende 4 Stunden, finde ich, ist schon eine ganz, na, ich nenne das mal eine ganz ordentliche Leistung. Was Besseres wird es wahrscheinlich bei anderen Windows-Notebooks auch nicht geben. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass man da sich noch verbessern kann. Für den Leistungstest verzichte ich auf die Demo von Lightroom, Photoshop und ähnlichen Bildbearbeitungen, denn, das fasse ich einfach ganz kurz zusammen, geht butterweich. Absolut flüssig, absolut schnell, absolut butterweich. Wenn eine Software eine Hardware an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit bringen kann, dann ist das die Videoschnittsoftware DaVinci Resolve. Bei mir in der aktuellen Version 18 Punkt, ich weiß es glaube ich gar nicht, 2, 3, 4, 5, jemals in der aktuellen Version, die Stand heute offiziell verfügbar ist. Diese Software ist extrem fordernd, was die Hardware angeht und kann die Hardware bei Bedarf auch an ihre Leistungsgrenzen bringen, wenn denn Leistungsgrenzen da sind. Deswegen gucken wir uns jetzt gleich an, im Vergleich oder vergleichend, das Videomaterial, was ich aufgenommen habe. Einmal auf meinem PC mit der, wie gesagt, derzeit verfügbaren Karte, meine eigentliche Karte, die 3090, ist noch in Reparatur, so am Hersteller, mit der GeForce RTX 4070 Ti mit 12 GB Arbeitsspeicher. Im Vergleich zu dem Aero Notebook mit einer GeForce RTX 4070 für das Notebook mit 8 GB Arbeitsspeicher. Und das Videomaterial, was wir uns angucken, ist einmal sehr stark komprimiertes H.265 Videomaterial, ergänzend ProRes Material in zwei verschiedenen Auflösungen in 4K. Das komprimierte H.265 Format auch in 4K, dann ProRes in 6,2K und abschließend ProRes in 8K. Und das mit verschiedenen Gradingstufen, alles aufgenommen im F-Log2 Format meiner Fuji X-H2. Wir gucken uns zunächst die Leistung meines PC an mit der genannten Grafikkarte Nvidia GeForce 4060 Ti mit 12 GB RAM. Und das auch gleich in einer 4K Timeline. Schauen wir gerade mal, das ist also jetzt hier die Timeline, die wir gerade sehen, Timeline Settings. Und das ist also auch die Timeline, also auch das, was wir im Videoschnitt machen, ist schon auf 4K ausgelegt. Und hier unten haben wir die verschiedenen Clips, immer die gleiche Szene, eine relativ langweilige Szene. Aber das, was wir sehen müssen, können wir gut sehen. Und wie ihr jetzt seht, ist das erstmal nicht gegradetes, nicht angepasstes Material. Das ist erstmal so, wie es aus der Kamera kam. Und das Grading habe ich gemacht mit einem Adjustment Clip, den ich einfach drauflege, um dann die verschiedenen Gradingstufen zu zünden, die wir uns dann gleich angucken. Schauen wir erstmal, wie es auf dem PC aussieht mit dem nicht gegradeten Material. Und da haben wir jetzt erstmal das stark komprimierte H2-65er Material. Ihr seht das auch immer hier oben, da müssen wir nicht immer da unten hingucken, wie das Ganze läuft oder auch nicht. Lass das Ganze mal starten. Und ihr seht schon, er springt ein bisschen da oben, bis er sich jetzt auf 29,97 einpendelt. Wenn wir uns aber mal diesen Ast angucken, der sollte sich jetzt flüssig im Wind wiegen, tut er nicht. Also das heißt, oder auch wenn wir auf der rechten Seite schauen, halt jetzt gerade mal anschiebt, das mal noch, ne, brauchen wir nicht rüberschieben, das passt rein. Und es auf der rechten Seite anschauen, das stockt, das ruckt, das läuft nicht flüssig. Also hat meine PC-Grafikkarte in einer 4K-Timeline schon Schwierigkeiten mit dem stark komprimierten H2-65er Material. Die verschiedenen Auflösungen, die ich hier habe, eben waren es 100, jetzt sind es 360 und gleich kommen nochmal, ich springe schon mal 720 Megabit pro Sekunde, machen am Ende keinen Unterschied. Hier seht ihr, da war der Wind ein bisschen stärker, aber es ruckt unverändert, aber es macht keinen Unterschied, in welcher Auflösung wir uns das hier angucken. Das war letztendlich vom Ergebnis her egal. Springen wir zu dem ProRes Material, was weniger stark komprimiert ist. Auch da braucht es oft am Anfang immer nur ein bisschen, bis es sich einruckelt und dann läuft es mehr oder weniger flüssig. Und in dem Fall läuft es auch nicht flüssig. Selbst das nicht gegradete Material läuft flüssig, auch da ruckt es auf meinem PC. Das Einzige, was man hier wirklich machen könnte, ist dann auf eine Full-HD-Timeline zurückgreifen für den Videoschnitt, dass man also eben das Material nicht in der vollen Auflösung nutzen kann. Jetzt springen wir mal auf die Hörerauflösung, wie schon angesprochen. Das macht letztendlich, hat sich herausgestellt, keinen Unterschied. Fakt ist auf jeden Fall, es läuft schon in der nicht gegradeten Version richtig flüssig. Also 4K-Timeline mit dieser Grafikkarte ist wohl nicht die beste Idee. Und beim 6,2K-Material wird es nicht wirklich besser. Das können wir hier sehen. Auch da stockt es, also immer starke Ruckler. Das ist also nichts, womit man wirklich gut arbeiten könnte. Und dann springen wir gleich mal zum 8K-Material. Auch das hat so seine Schwierigkeiten, obwohl uns hier oben DaVinci mitteilt, dass das eigentlich in der Geschwindigkeit abgespielt wird, in der es aufgenommen wurde. Das klappt nicht wirklich gut. Im Prinzip können wir uns jetzt schenken, noch das Grading hinzuzunehmen, denn das wird nicht wirklich besser. Und ich zeige auch hier grundsätzlich erstmal, was für ein Grading habe ich denn dabei. Ich habe einmal einen Compound-Clip, den können wir uns gerade mal angucken. Da ist das grundlegende Grading drin, so ein paar ganz einfache Sachen, die ich gemacht habe. Das ist einmal das Anpassen der Gradationskurve, damit das Ganze nicht mehr so flau aussieht. Wenn ich es ausschalte, dann sieht es so aus. Das ist das ungegradete Material. Dann haben wir es also deutlich kontrastreicher. Dann habe ich die Farbe ein bisschen angepasst. Das ist dann hier unten. Die Sättigung habe ich ein bisschen hochgezogen. Und weil der Blaukanal ein bisschen zu stark war, habe ich mit dem Offset das Blau ein bisschen runtergezogen. Und am Ende habe ich natürlich noch geschärft und relativ moderat. Das reicht in der Regel. Das sind also die Dinge, die ich gemacht habe. Und bei Bedarf kann man dann noch die Rauschreduzierung zuschalten und diesen Effekt, den ich gerade ansprach, ich habe noch so einen Lensflare bzw. so einen bläulichen Effekt da rein rechnen lassen. Aber da wir gerade gesehen haben, dass das Material schon in der 4K-Timeline ohne Grading, ohne weitergehende Anpassung mit auf dem PC nicht sehr flüssig läuft, können wir uns das schenken. Das wird nicht besser. Das wird eher schlimmer. Und jetzt gucken wir uns an, wie sieht es aus mit dem Videomaterial aus dem Notebook. Dazu sehr erwähnt, ich habe die Tests mit dem Notebook alle per Screencast aufgezeichnet, aber in einer etwas geringeren Auflösung. Deswegen wundert euch nicht, dass das Ganze jetzt etwas unschärfer wird. Das hat nichts mit dem Notebook zu tun. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass die Screencast-Software in einer etwas geringeren Qualität die ganzen Dinge aufgenommen hat. Und was wir hier unten sehen, sind die verschiedenen Aufzeichnungen entsprechend dem, was wir eben auch schon gesehen haben. Und da gucken wir uns mal zunächst an, wie sieht es aus mit dem stark komprimierten Material. Auch hier haben wir, steht da oben, eine 4K-Timeline, genau wie wir es gerade auf dem PC hatten. Da fangen wir an mit dem stark komprimierten Material. Was wir uns nicht angucken müssen, ist das nicht gegradete Material, denn das läuft auf dem Notebook durchweg in allen Auflösungen, in allen Qualitätsstufen flüssig durch. Deswegen können wir gleich anfangen mit dem grundlegend gegradeten Material, das, was ich euch gerade gezeigt hatte. Gradationskurve angepasst, Farben ein bisschen angepasst und die Aufnahmen geschärft. Und dann lasse ich das ganz einfach mal laufen und ich habe mir da die Marker gesetzt, dass wir uns jetzt nicht alles angucken müssen, sondern nur die wesentlichen Dinge. Und ihr seht, 4K-Timeline, einfaches Color Grading, so wie wir es gerade gesehen haben, auf dem Notebook hat überhaupt keine Probleme. Wir sehen da oben, einmal zeigt er uns an, dass wir eine stabile Ausgabe haben. Die Bildwiederholrate von knapp 30 Bildern pro Sekunde, die ich eingestellt hatte, werden hier angezeigt. Und wir sehen sie auch. Das Material läuft flüssig. Hier haben wir keine Ruckler. Das ist also jetzt erstmal das stark komprimierte Material. Dann springen wir mal zu dem ProRes Material in der höheren Qualitätsstufe. Auch das macht überhaupt keine Probleme. Und abschließend das 8K-Material in ProRes 422 HQ. Auch das läuft flüssig. Da haben wir schon mal einen deutlichen Unterschied gegenüber meinem PC. Das Aero ist also deutlich leistungsfähiger im Videoschnitt mit DaVinci Resolve als meine PC-Grafikkarte. Nächster Schritt, wir gucken uns an, das Ganze mit, muss ich selber gucken, jetzt mit dem Color Grading und mit der Rauschreduzierung. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz, was ich da für Einstellungen vorgenommen habe. Das können wir uns dann auch hier angucken. Die Rauschreduzierung, also was wir jetzt gesehen haben, war das. Einfaches Grading, Ausgangsmaterial. Und hier ist die Rauschreduzierung. Die habe ich eingestellt wie folgt. In dem Fall zwei Frames. Die bessere Variante. Leichtes Anheben von Luma und Chroma. Und hier bei den Grenzwerten habe ich auch noch entsprechend eingegriffen. Also ich habe durchaus einiges an Rauschreduzierung eingestellt und bekanntermaßen ist die Rauschreduzierung das, was die Leistung oder die Abschiebegeschwindigkeit in DaVinci Resolve mal so richtig runterziehen kann. Und jetzt wechseln wir wieder zum Aero und genau dahin, wo wir gerade waren. Erstmal wieder dahin. Und dann haben wir hier das stark komprimierte Material, das H2-65er Material, gucken wir uns an, mit der Rauschreduzierung und dem Color Grading. Und dann sehen wir, dass wir hier oben auch die Anzeige bekommen, 29,97. Aber ein bisschen rucken tut es dann doch. Läuft dann doch nicht so ganz flüssig. Und das Ganze mit dem ProRes Material, auch da fängt es leicht an zu stocken. Das ist also jetzt auch nicht so ganz optimal. Und das zieht sich natürlich durch auf das andere Material. Am vorderndsten war immer die 6,2K-Auflösung. Auch da haben wir das Problem. Und das 8K-Material gleichermaßen, also auch das stockt. Was in DaVinci durchaus ein probates Mittel ist, ist sich die Aufnahmen dann nicht in der klassischen Timeline anzugucken, sondern im Color Tab, da wo das Color Grading gemacht wird. Und das gucken wir uns jetzt hier an der Stelle mal an. Ich springe also jetzt in den Bereich, wo das Color Grading stattfindet. Nicht verwirren lassen, wenn hier nichts drin ist. Ich habe, wie gesagt, einen Adjustment Clip über alle gelegt. Das haben wir eben gerade gesehen. Und der greift auf alle darunter liegenden Clips durch. Und jetzt können wir uns das Ganze mal angucken. Im Color Grading, Rauschreduzierung und das einfache Color Grading. Dann gehen wir mal da hin. Und wir sehen, da läuft es absolut flüssig. Die sehr fordernde Rauschreduzierung und ergänzend ein bisschen Color Grading mit dem schon sehr stark komprimierten H.265er Material. Wenn das funktioniert, dann sollte es mit ProRes eigentlich überhaupt keine Probleme geben, denn das ist nicht so stark komprimiert. 6,2K, da sehen wir zwar auch die eigentliche Angabe der Frames pro Sekunde, die dargestellt werden können. Wir können aber sehen, dass es absolut flüssig läuft. Die Bewegung ist absolut gleichmäßig und flüssig. Und dann am Ende noch das 8K ProRes Material. Das ist dann auch wieder absolut unproblematisch. Als nächstes gucken wir uns an, das Ganze noch mit dem ergänzenden Lichtreflex-Effekt. Und da fangen wir auch wieder an. Erstmal in der Timeline, aber da ist im Prinzip ja klar, was kommt. Wenn jetzt noch ein Effekt hinzukommt, wird es natürlich nicht besser, sondern das Ganze ruckt natürlich auch. Und deswegen brauchen wir uns das auch nur hier angucken und bei den anderen nicht. Denn wenn es schon mit der Rauschreduzierung in der Timeline zu Problemen kommt, kommt es natürlich auch mit einem noch weiteren GPU-fordernden Effekt auch dazu. Was wir aber noch ergänzend tun, wir gucken uns das Ganze noch wieder in der Color Tab Variante an. Also da, wo das Color Grading auch stattfindet. Und dann schauen wir mal, ob es dann da wenigstens flüssig läuft, damit man zumindest einen guten Eindruck von der eigentlichen Bewegung hat. Gucken wir mal rein. Und da sehen wir, obwohl wir eigentlich nur 12 Bilder pro Sekunde haben, läuft es trotz dieser beiden Effekte, Rauschreduzierung und dieses Spezial-Effektes, zumindest im Color Tab in der Ansicht, Fehler- und Ruckelfrei. Das Ganze erwartungsgemäß dann auch mit ProRes 422 ohne Probleme. Dann das Ganze noch im ProRes mit 6,2K. Ja, da ruckelt es dann doch ein bisschen. Da bleibt dann ein bisschen hängen, oder? Ne, das ist mal dann am Anfang ein bisschen, da war relativ wenig Wind, da ruckelt es nicht. Auch das bewegt sich einwandfrei. Und am Ende haben wir noch das 8K-Material. Auch da gibt es keine Probleme. Wir sehen also in der Zusammenfassung, dass das Gigabyte Aero in der aktuellen Version mehr drauf hat von der GPU-Leistung als mein PC mit der vergleichbaren Grafikkarte für den Desktop. Das aktuelle Gigabyte Aero ist sicherlich ein hervorragendes Notebook. Es ist aber nicht ganz perfekt. Es gibt ein paar Dinge, will gar nicht sein Kleinigkeiten, das muss ja jeder für sich selber beurteilen, aber es gibt ein paar Dinge, die, finde ich, sind durchaus kritikwürdig im Sinne von negativer Kritik. Was wir bisher hatten, war ja durchaus auch positive Kritik. Zwei Dinge habe ich schon angesprochen. Einmal ist das der wirklich der sehr kleine, naja, klar, heißt ja auch Mikro, Mikro-SD-Kartenschacht. Da wäre es wirklich schön gewesen, ein SD-Kartenschacht reinzumachen. In meinem Fall ist es sowieso wurscht, weil ich in meinen Kameras für, insbesondere für Video, für mich ist das ja auch gleichzeitig ein Videoschnitt-Notebook, ohnehin CF-Express-Karten habe, Typ B. Und dafür gibt es kein, glaube ich, mir bekanntes Notebook, das überhaupt so einen Schacht hat. Da muss ich dann sowieso mit einem externen Kartenleser ran und dann ist es für mich dann sowieso schon fast wieder egal. Aber trotzdem, ich bin ja nicht unbedingt der Gradmesser. Es gibt viele, die auch mit SD-Karten arbeiten, gerade für die Fotografie. Und das wäre schon ganz schön gewesen. Hätte man den Schlitz einfach ein kleines bisschen breiter gemacht, hätte es mehr oder weniger gepasst. Also das ist so eine kleine Kritik. Die ist kein Showstopper, aber wie gesagt, das hätte ich mir gewünscht. Den Akku habe ich schon angesprochen. Das ist sicherlich ein ziemlich guter Akku, aber unverändert dessen, ungeachtet dessen heißt es, glaube ich. Vier Stunden nach meinem Test ist schon eine gute Leistung. Wenn ich da an das Aero 15,6 Zoll denke, was ich vor gut drei Jahren hatte, das hat gerade mal zwei Stunden geschafft. Und das war auch noch schwerer dabei. Und da hat sich dann an der Stelle schon deutlich eine Menge gebessert. Ungeachtet dessen, mehr Akku ist, gerade bei einem Notebook oder mehr Akkuleistung, ist immer die bessere Variante. Es gibt eine Sache, die kann man tatsächlich, oder da kann man sich ein bisschen wundern und das betrifft die Lautsprecher. Die Lautsprecher sind vergleichsweise laut, also das ist überhaupt kein Problem, aber sie sind wirklich dünn. Ich würde fast sagen, der Klang ist blechern. Ich könnte jetzt das Ding anmachen, aber das wird jetzt über das Mikrofon auch nicht hinreichend transportiert. Der Klang sollte besser sein. Da ist überhaupt kein Volumen drin, da ist nichts. Man kann alles sehr gut verstehen, gerade wenn man ein Video guckt beispielsweise oder wenn ich selber Videoschnitt mache und meine Stimme höre, dann klingt die zwar nicht so, wie sie klingt und klingen sollte, aber ich kann sie sehr gut und laut und deutlich verstehen. Aber für ein Multimedia-Notebook finde ich, ist das eigentlich die entscheidende Schwäche bei dem Gigabyte Aero, dass man an der Stelle offensichtlich gespart hat. Oder vielleicht liegt es ja auch an dem Platz, um auch dann eben die Konfiguration so groß wie möglich, gleichzeitig so leicht wie möglich hinzubekommen, dass man da vielleicht sparen musste. Aber auch das ist für mich persönlich jetzt nicht so das große Problem. Ich muss hier keine High-End-Blockbuster mit Dolby Surround hören. Wenn ich unterwegs bin und ich weiß, ich werde hochqualitativen Videoschnitt machen müssen, habe ich ohnehin immer einen vernünftigen Kopfhörer dabei, mein Sennheiser. Und der hat einen Hammerklang. Das Ding kostet im Übrigen gerade mal 80 Euro, ist gar nicht mal so teuer. Hat einen sehr, sehr guten Klang, sehr neutral abgestimmt. Und dann kann ich das ja mit per Bluetooth koppeln und dann habe ich genau den Klang, den ich brauche. Also insofern ist das für mich persönlich auch nicht so schlimm. Trotzdem, im Vergleich zu manchen anderen Geräten, ist das glaube ich die wesentliche Schwäche, die man nennen könnte, wenn man wollte. Preis können wir relativ kurz machen. Die Preise findet man ja im Internet. Das ist ein relativ neues Notebook. Und dementsprechend gilt da weitestgehend die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Das Notebook, so wie ich es habe, in der Konfiguration kostet Stand heute etwa 2500 Euro. Das ist eine Menge Geld, aber für all diejenigen, die wirklich ein High-End-Multimedia-Notebook brauchen, wissen, an der Summe kommen sie eh nicht vorbei. Vielleicht brauchen sie sogar ein bisschen mehr Geld. Die Dinger können gar nicht günstig sein. Von der Herstellung und ähnlichen Dingen. Also die sind einfach vergleichsweise hochpreisig. Und wenn man unterwegs sein muss, will und eine vergleichsweise leistungsfähige Maschine hat, die gleichzeitig auch noch hinreichend portable ist, Gewicht, Größe, dann hat das einfach seinen Preis. Und da finde ich das Gigabyte durchaus in bester Gesellschaft. Das Gigabyte Aero 16 Zoll mit OLED-Display der aktuellsten Generation ist da gut, wo es wichtig ist. Und da ist es, wie ich finde, besonders gut. Einmal das wirklich hammerstarke, absolut brillante OLED-Display, das wirklich, wie ich sage, keine Wünsche offen lässt. Also besser geht Display nicht. Da ist wirklich ein IPS-Display, was wir den meisten vergleichbaren Notebook-Stand heute auch immer noch vorfinden, ist echt absolute Steinzeit. Also das Display ist wirklich ein absoluter Traum. Die Eingabemedien, Tastatur, Touchpad sind auch hervorragend, lassen sich sehr, sehr gut bedienen. Es macht Spaß auch damit zu arbeiten. Und die GPU ist, wie wir gesehen haben, wie die auch immer das hingekriegt haben bei Gigabyte, etwas leistungsfähiger als die GPU, die ich momentan in meinem PC habe. Das ist ja nicht eigentlich die, die ich eigentlich drin haben wollte. Das ist eine Ersatz-GPU, weil meine momentan noch beim Hersteller ist, aufgrund eines Grafikkarten-Defektes. Aber die beiden GPUs sind vergleichbar. Eigentlich ist die in meinem Rechner sogar noch ein bisschen leistungsfähiger. Aber wir haben gesehen, dass das Gigabyte da mehr Leistung bringt und den Videoschnitt noch etwas einfacher und effizienter macht als auf meinem PC. Und vor allen Dingen, und das war ja lange Zeit eine Schwäche der Windows Notebooks unter anderem oder auch der Windows-basierten Systeme, auch mit den Intel-Prozessoren, dass der Videoschnitt von sehr stark komprimiertem Material, H.265, wie wir das gesehen haben, wirklich fast nicht flüssig möglich war. Und das war jetzt hier überhaupt kein Problem. Da war es fast egal, ob es H.265 war oder das weniger stark komprimierte ProRes. Da gab es keinen sichtbaren Unterschied. Und das, finde ich, ist schon ganz wichtig, je nachdem, was für Medivinier Material man produziert, produzieren kann, wenn man draußen unterwegs ist. Und ich habe es ja gesagt, für mich war das Gerät tatsächlich ein hervorragender, sehr leistungsfähiger PC-Workstation-Ersatz, weil mir zwei Wochen meine Hardware mehr oder weniger komplett ausgefallen war und ich etwas brauchte. Und da war es wirklich ein Glücksfall, dass ich gerade auch das Gigabyte-Gerät hatte und damit genauso gut und flüssig arbeiten konnte wie mit meiner Workstation. Ich will sagen, in der Quintessenz, wenn ihr ein leistungsfähiges, möglichst leichtes Multimedia, Windows-basiertes Multimedia-Notebook braucht, dann würde ich sagen, solltet ihr euch das Gigabyte Aero 16 Zoll aus der Generation 2023 durchaus näher angucken und vielleicht in Erregung ziehen. Und dann würde ich sagen, wenn ihr euch das Gigabyte Aero 16 Zoll aus der Generation 2023